Hier erhalten Sie einen ersten Einblick in SolidWorks Electrical 3D. Für Unternehmen, die Geräte mit elektrischen Komponenten entwerfen oder herstellen, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von entscheidender Bedeutung. SolidWorks Electrical 3D ist eine leistungsstarke Kollaborationssoftware, die Maschinenbauingenieuren die schnelle und mühelose Integration komplexer elektrischer Leitungssysteme, die von den Elektrokonstrukteuren entworfen wurden, ermöglicht. Mithilfe von SolidWorks Electrical und seiner umfangreichen Datenbankanteilen und Funktionen können Sie detaillierte Schaltbilder mit einem oder mehreren Strängen, SPS-Schaltbilder und Berichte erstellen, die später zur Fertigung Ihrer Konstruktion verwendet werden. Mit SolidWorks Electrical 3D können Sie einen Schritt weitergehen und Ihrer Arbeit eine zusätzliche Dimension verleihen. SolidWorks Electrical 3D ist ein Kollaborationswerkzeug, das vollständig in SolidWorks integriert ist und Benutzern Zugriff auf alle notwendigen Informationen zur schnellen Integration elektrischer Komponenten in Ihre Konstruktion bietet. Dank der vollständigen bidirektionalen Echtzeit-Konsistenzprüfung zwischen den 2D-Schaltbildern und 3D-Daten kennen Sie stets den Status Ihres Projekts. Durch die praktische Gruppierung nach Einbauposition können Komponenten, die noch in diese Baugruppe eingefügt werden müssen, einfach ermittelt und zur Installation hinzugefügt werden. Darüber hinaus ist es nicht notwendig, mehrere Ordner oder eine Datenbank zu durchsuchen, da alle elektrischen Komponenten bereits definiert wurden. Diese Kontaktgeber werden automatisch an der richtigen Stelle positioniert. So können Sie alle Teile in Sekundenschnelle auf der Leiterplatte platzieren. Mit dem Ausrichtungsbefehl können Sie die Teile dann präzise auf der DIN-Tragschiene gleichmäßig anordnen. Dies ist nur eine von zahlreichen intuitiven Features in SolidWorks Electrical 3D, die den virtuellen Zusammenbau des elektrischen Systems, die Erstellung von Kabelbäumen und die Verdrahtung von Elektrogehäusen so einfach machen. Mit SolidWorks Electrical 3D können Sie Ihre Leiterplatte automatisch und praktisch im Handumdrehen verdrahten. Dadurch können Sie die ordnungsgemäße Passung aller Komponenten sicherstellen, die Verdrahtung der Leiterplatte optimieren und die benötigten Kabel und Drahtlängen genau berechnen, lange bevor das endgültige Produkt in Produktion geht. Anhand der im 2D-Schaltbild spezifizierten Eigenschaften, Farben und Durchmesser, werden die Drähte mit minimalem Aufwand ordnungsgemäß innerhalb der Leitungen verlegt, wodurch die Benutzer ein beeindruckendes und realistisches Ergebnis erhalten. Die in SolidWorks Electrical 3D berechneten Drahtlängen werden zu den zuvor erstellten Berichten hinzugefügt, um Ihre Dokumentation zu vervollständigen. Mit einem weiteren Klick können Sie alle Fertigungsinformationen als native DWG, DXF oder PDF-Datei exportieren. Die SolidWorks Electrical Produkte bieten einmalige Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem Mechanik- und Elektroteam, zur Reduzierung der Entwicklungszeiten und zur Vermeidung kostspieliger Konstruktionsfehler. Damit haben Sie einen ersten Einblick in SolidWorks Electrical 3D erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem SolidWorks Vertriebspartner in Ihrer Nähe oder auf unserer Website.